Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Shanilla und zwar heute ich habe eine Challenge und zwar wir gehen da hinten in Dimension welche da überlege ich noch würde sagen die da im Wald oder ja ich glaube ich gehe die in den Wald ist erstens ich weiß nicht welche näher ist ich bin von denen im Wald ich gehe mit einem Holzschwert rein ich darf alles mitnehmen was ich will aber ich muss ja schnell rein da das mit dieser Folge noch abgeschlossen werden muss ich habe am besten zwei Schwierter mit Schwierter ihr wischt Schwierter und ja wartet okay ich würde sagen wir gehen noch mal ganz kurz eine Höhle rein um ganz kurz zu fahren und vielleicht ein bisschen Eisen zu bekommen um wenigstens ein bisschen Ausrüstung zu haben ja hoppala das war keine Absicht so wir gehen in eine Höhle mal gucken wo ist denn eine allerdings bald wird das Spielverhalten besser als bald Tastatur habe so eine extra Tastatur hierfür so mal kurz gucken wo ist schon hier eine Höhle auch toll ich habe schon Hunger und ohne ich und der Hase sind gefangen das heißt töten okay die Sache ist halt töten oder gefressen werden ich weiß ja nicht wie aggressiv der Hase heute drauf ist warum mich da noch hier frisst ne da habe ich keine Lust drauf so ich könnte aber was töten hiervon ich lasse es aber erstmal ich gehe jetzt mal irgendwo in eine Höhle wenn ich irgendwann mal eine finden sollte also irgendwann im Leben wenn ich keine finde dann gehen wir gleich in die Mansion ich würde sagen wir gehen mal kurz hoch um dann auch Höhle naja das ist ja cool dass wir noch ganz kurz eine gefunden haben mit ganz viel Glück wenn die Idee die erste Fackel die ziehen wir mal brauchen wir nicht zweite ziehen wir auch mal jetzt sind wir die hier Mann ey Glück weißt du Glück Glück nix Glück nix da wir alle in der Wahrscheinlich ist es sowieso hohl, das Ding. Oh Gott, der Eingang, der Eingang, der Eingang. Wir hätten da gleich hingehen sollen. Okay, ich dachte gerade, das wäre hier im Spiel, diese Polizei-Dings. Ich mache noch kurz noch ein bisschen lauter. Ich habe es wieder zu leise. Oh Gott, Leute, echt, tut mir leid. Ich höre nämlich jetzt selber gar nichts mehr. Jetzt habe ich wieder was, ja. Oh, 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 oh. Das ist wieder zu laut. So sollte es gehen. Jetzt habe ich direkt bei der Hälfte gelassen. Vielleicht habe ich jetzt den idealen Sound. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Ein Amboss. Ein Amboss, ein Amboss, ein Amboss. Mitnehmen. Film von mitnehmen, Alter. Okay, okay, okay. Okay. Ist das eine Hexe? Das ist gar nicht gut. Was war da gerade drin? Oh Gott, wann jetzt, wann jetzt, wann jetzt, wann jetzt? Alter, ich habe mich gerade so erschrocken, Alter. Mich hat gerade jetzt gerade stehen geblieben. Boah, was ist das denn? Ach, du Scheiße, das Team. Gut, jetzt hat er erst mal ein Loch in der Wand. Das ist schon mal erstens schön. Ja, bekriegt euch gegenseitig. Das ist schön. Genau, genau so macht man es. Ich bin Lebenssache. Ich bin hier der Schiedsrichter. Bekämpft euch einfach. Genau. Ja, oh Gott, ja gut. Hast super gemacht. Danke. Und dafür muss man sich natürlich auch bedanken. Alter, was ist das? Woher kommen denn die ganzen Zombies? Pass auf. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Und bin mal ganz kurz. Ganz gediegen. Ein paar Fackeln zu machen. Die ich natürlich auch letztendlich verwenden kann. Bessergatte, wäre ein Creeper gewesen. Alter, es ist aber echt dunkel hier drin. Es ist ja mega dunkel hier drin. Okay. Guck mal, hier will ich sehen, was es ist. Wo sind die Fackeln? Die sind da. Zack. Hier ist schon mal gar nichts. Es ist einfach nur so hier so ein Raum in der Wand. Der nichts zu sagen hat. Der da eben reingesprengt wurde. Von einem gewissen Hans. Hans Creeperig. So hieß er. Bevor er selbst explodiert ist. Oh Gott, wo komme ich jetzt hier? So. Meine Augen, meine Augen, meine Augen jucken. So. Trau mich diesmal. Okay, hier hatte ich eben voll Panik, Alter. Was ist das? Gott. Trau dich. Komm, trau dich. Wo ist der noch mal hier gespürzt? Scheiße. Oh mein Gott. So, machen wir erstmal. Erstmal will ich regenerieren, ja? Da will ich gerade gar nicht rein. Ich regeneriere mal kurz. Okay, okay, okay. Hier sind ja auch Bosse drin. Ach, scheiße. Das habe ich doch nicht. Okay. Oh, mein Herz. Meine Fresse. Das ist jetzt das neue Horrorspiel, Alter. Ich schwöre euch. Mein Herz bleibt stehen. Okay, es sollte wohl ein Grab sein. Ähm, sollte, bevor ich es abgebaut habe. Grabstellung, okay. Was ist dahinter? Ist da vielleicht irgendwas hinter oder ist das gar nichts? Ein großes Häufchen nix. Ein großes Häufchen nix. Jetzt regnet es wieder. Eben hat es geschneit. Jetzt regnet es wieder. Cool. Da ist auf jeden Fall ein Creeper oder so drin. Das sehe ich jetzt schon von Weitem. Dass hier irgendein Monster drin ist. Der sich hier in der Ecke verkriecht. Um mich gleich anschließend zu töten. Nein? Ausnahmezustand. Okay, was ist das? So, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir gleich mal zurück. Gehen den anderen Wegen lang, obwohl ich glaube, dass die sich verb... Ist da irgendwas hinter der Nase? Echt, da ist nix hinter. Brauche ich gar nicht gucken. Zurück. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Ja, das ist doch... Cool. Ja. Ich will nur meine Items, dann renne ich weg. Ich verpassiere mich hier. Ja, danke. Mein Dasein interessiert euch gar nicht, ja? Okay. Bin nicht da. So. Eigentlich hatte ich immer mehr Fackeln. Aber dazu sagen wir nix. Ähm... So, hier kommt noch das hin. Und das hin. Des Weiteren wollte ich hier ein paar Blöcke hin tun. Genau. Und das kommt weg. Das ist fahrend. Kommt erstmal da oben hin. Weil ich hier schön sortieren kann. Dann kommt das Essen. Hier hin. Ja. Bin ich denn schon wieder voll regeneriert? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es nicht bin. So mehr weiß ich auch nicht. Kommt da her oder... Okay, da ist er. Reden wir einfach. Einfach laufen. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich hab grad ein Risiko gemacht. Vielleicht hab ich mich auch mit Anamons dann eingeschlossen. Okay, ja, hi. Das ist halt die gute Sache bei... Skeletten. Die sind dumm. Aber ich würde sagen, wir bauen uns hier mal kurz raus. Farm ein bisschen. Und dann kommt er wieder. Oh Gott, vielleicht ist das jetzt meine Traumhöhle. Es ist meine Traumhöhle. Ich würd schon sagen hier, ne? Oh ja. Genau. So, Rona. Warte, war da ein Zombie? Keine Ahnung. Ich weiß nur... Das ist ne große Höhle. Das ist ne gute Höhle. Hier ist schon mal Gold. Kann ich nicht abbauen. Stimmt ja. Äh, ja. Das ist toll. Dass ich Gold finde, was ich sowieso nicht abbauen kann. Das provoziert mich einfach übelst. Das provoziert mich einfach übelst. Ich hab ne Idee, ich mach jetzt ne Zeitraffer rein. Wie ich das hier alles farme. Und... Ja. Bis gleich. Bis gleich. Unsere fundamentally. Aber ... Ja. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch nix, auch nix komisch oh du kackspinne, alter greift mir auch am Tage an, ne? das ist ein bisschen komisch was ist das? eine riesige Katze oh Gott, die ist voll süß muss man echt nachbauen, alter ok hm das ist jetzt komisch ich dachte hier wäre ein Boss drinnen wenn es hier einen gibt, dann korrigieren wir bitte ich weiß, da ist nämlich auch so ein langer Gang das könnte doch sein den killen wir mal ganz kurz weil der packt mich da ein bisschen ab der macht mir nämlich Angst dass der mich noch killt ok, das ist der Raum warte, vielleicht ist das wirklich unten ich guck mich hier mal um was ist denn das? keine Fackel warte, klauen wir mal ganz kurz eine genau ich mach jetzt zufällig mal nicht auf ich guck erstmal was dahinter ist nix nix was man braucht sind das wolle das ist Wollelager oder was? wahrscheinlich schon hier ist nix wir kennen ja aber auch nicht viel das ist die Truhe ne, ne ist keine Truhe was ist das? da sind Truhen das sind überall Truhen wartet, wartet, wartet wartet ich komm da hin, Leute glaubt an mich da sind die Monster drin oh so erkennt ihr zwar nicht viel wir kennen nur wie viele Leute drin sind es ist leider aber hier sind keine Sachen drin ganz sicher, es ist nur eine einzelne Truhe einfach holen wir was drin ist ganz sicher und das? nix? ok? das bohrt halt einfach hinter mir warte warte was war es noch nicht zu ende hier sind noch nicht hinten angekommen was mache ich damit würde ich sagen ich habe die folge gefallen und leute